Ja, und ich habe mich jetzt entschieden, wieder ein klein bisschen in die Berge zu fahren. Da soll es wohl heiße Quellen geben, wie ich gesehen habe. Und die fahre ich jetzt mal suchen und hoffe, dass ich die finde. Und da hätte ich mich mal richtig Bock drauf, mich auch mal wieder irgendwo so richtig schön in so ein heißes Bad reinzusetzen. Ich hoffe, das klappt alles so. Untertitelung. BR 2018 History of Sexual Jealousy, Part 17-24 I'm jealous of the man, the man you broke the heart of Broke the heart of I'm jealous of the man you knew before In a life that I could never be a part of There's more than meets the eye, the way stranger meets your eye I know there's more The Complete History of Sexual Jealousy, Part 17-24 £73-18-25 I'm jealous of the man you need to see the day of phase ofDAY I'm jealous of the woman, I'm jealous of the man you were, she should see Sh questionable beats in Asia Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin hier gerade auf der Anfahrt auf dem Weg zu einem neuen offiziellen Stellplatz, wo aber in der Stellplatzbeschreibung steht, dass man diesen Weg nur fahren soll, wenn es nicht geregnet hat und auch kein Regen in Aussicht ist, weil das Hochfahren zum Platz und auch das Zurückfahren sehr glitschig werden kann. Ja, und der Stellplatz ist direkt neben dieser wunderschönen Schlucht, die ihr gerade gesehen habt. Da soll es dann heiße Quellen geben. Ich habe sie als nicht sehr heiß empfunden. Die waren gerade mal lauwarm, also ausreichend für die Füße reinzustellen. Aber trotzdem alles in allem eine fantastische Schlucht und dicht neben diesem wunderschönen Stellplatz. Und für diejenigen, die gerne wissen möchten, wo das denn hier ist, das ist La Val de la Llepa. Also wenn man von Tarragona wieder links rumfährt ins Landesinnere nach Spanien, dann kommt man hier irgendwie vorbei. Und ich bin hier auf einem wunderschönen kleinen Parkplatz. Direkt an der Schlucht, die ich vorhin auch gezeigt habe. Und es stehen nur ganz wenige Leute da. Da hinten steht eine junge Frau, eine Spanierin mit einem Hund. Und da vorne, hinter meinem Wohnmobil her, steht noch eine Belgierin. Und davor steht noch ein Deutscher mit einem Sprinter. Das war's. Ja, und wir sind hier schön direkt an der Schlucht. Eine wunderbare Location. Und ja, ich glaube, hier kann ich so zwei, drei Tage aushalten. Wichtig ist Müll mitnehmen. Und wenn man die Möglichkeit hat, mehr mitzunehmen, als wie man selber produziert, dann finde ich das sehr, sehr wichtig und auch wirklich lobenswert. Am Abend habe ich mir dann noch schnell mein Fahrrad geschnappt, weil es war nämlich für den nächsten Tag etwas Regen angesagt. Ja, und da habe ich noch eine kleine Ratttour gestartet in Verbindung mit einer kleinen Wanderung. Ja, Bungalomonika kann man hier leihen. Ja, das sind so kleine Holzhütten, die da oben stehen. Süß. Ja, das ist schon eine sehr schöne Schlucht. Das Wasser ist auch wirklich warm, aber Hot Spring ist ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Aber es ist auch schon fürs Auge hier sehr schön. Ich werde jetzt hier nochmal in diese Richtung ein bisschen lang wandern, ein bisschen laufen. Aber nicht so weit, weil ich habe ja mein Fahrrad da vorne stehen. Ja, das ist schon ein bisschen. Ich bin doch spät. Ja, und tatsächlich war für den Nachmittag Regen angesagt und ich wollte auf keinen Fall riskieren, mich hier festzufahren. Ich wollte den Boden nicht total kaputt fahren oder am Ende noch von der Straße rutschen. Also nutze ich den Tag und fuhr weiter zu meinem nächsten Ziel. Ja, kaum bin ich unterwegs, da geht das schon wieder los mit so winzig kleinen Straßen. Maximale Fahrzeuglänge stand da gerade, 8 Meter, aber das habe ich ja nicht. Bin ja bei 6, aber Gegenverkehr ist das Problem. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich liebe das. Ich finde das sowas von schön. Die kleinen Straßen, man fährt langsam, man hat Zeit zum Gucken. Man sieht ein bisschen was vom Land, als irgendwo über eine Autobahn durchzurasen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Meine Güte, ey. Also dieses Spanien fasziniert mich immer wieder. Hinter jeder Ecke lauert irgendwas Wunderschönes. Also ehrlich, ey, das Sträßchen, wo ich jetzt hier gerade fahre, ich habe auch die... Weißt du, welchen Ort da so, warte, ich habe jetzt die Formel hier auf der Karte. Ach, da müsste ich... Ach, scheiße, komm, Auto, warte mal. Ja, da musste ich meinen Kumpel ziemlich derbe abwürgen, aber das war so eng, da hatte ich echt keine Zeit zum Telefonieren. Ja, auch hier ist es wichtig, dass man aufpasst. Die Balkone hängen hier alle auf der Straße und der ein oder andere hängt auch ein bisschen tief und es ist verdammt schmal hier. Ja, ich habe jetzt gerade ein großes Schild passiert, da stand drauf Aragon Region Zaragoza und das sieht auch schon wieder so wüstenmäßig aus. Nämlich da will ich auch hin, in die Wüste von Aragon. Ja, wenn man hier runterkommt, die Straße, dann hat man schon wieder direkt den Drang, die Kamera rauszuholen. Aber man kann einfach nicht alles filmen und vor allen Dingen diese Größenverhältnisse hier, diese Weite. Boah, das ist doch nicht. Ja, die Wüste von Aragon heißt ja auch Wüste de Monegros. Das ist aber keine Vollwüste wie Taberna, sondern eine Halbwüste. Ja, die Ruta Jubire oder Jubire oder wie es heißt, soll wohl die interessanteste Route hier sein. Und die werde ich jetzt mal fahren, soweit es irgendwie möglich ist. Mal gucken, ob das mit diesem Auto überhaupt machbar ist. Ja, und vor allen Dingen will ich mal schön langsam fahren, damit es hinter mir nicht so staubt. Jetzt habe ich mir einen Meter hoch den Dreck im Auto liegen. Naja, hier habe ich mir ja wieder ein Ding ausgesucht, mein lieber Mann. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich noch auf dem richtigen Pfad bin. Aber jetzt bin ich einfach mal runtergefahren. Ich muss wieder Obacht geben auf meine Ölwanne. Und hoffe, dass alles gut geht. Ja, irgendwie war das nicht die richtige Strecke, die ich da erwischt habe. Irgendwie bin ich auch von der Route abgekommen und stand aber auch keinerlei Schild mehr da. Und deswegen suche ich mir jetzt was anderes aus und muss jetzt nur irgendwie versuchen, auf die Straße zurückzukommen. Ja, das wird das Schwierigste sein. Und das will ich auch dem Auto hier nicht länger zumuten und auch vor allen Dingen den Reifen nicht. Aber das ist eine Schotterpiste und wenn ich hier einen Platten kriege, dann habe ich ja lange keinen Ersatz. So, die Straße hat mich wieder. Aber verdammt schmal und jede Menge Schlaglöcher. So, Ziel erreicht, Stellplatz gefunden. Also schaut euch das mal an hier. Also noch geiler geht es doch gar nicht mehr. Das hat mich zwar ein Stück Arbeit gekostet, hier hochzukommen und überhaupt hier hinzukommen. Aber sowas ist doch wohl vom Allerfeinsten, oder? Ja, das ist doch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020